Herzlich Willkommen, neues Video von Savage Scooter. Wir sind bei mir an der Halle. Heute ist Dino Day Nummer 2. Es ist lauschige 5 Grad kalt. Die Jungs sind schon da. Ich habe mich kurz um die Ecke verzogen, um das Info zu sprechen. Also, heute haben wir drei Roller da. Es sollten eigentlich mehr sein. Krankheitsbedingt sind ein paar Jungs ausgefallen. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Aber so haben wir heute drei Roller. Wir machen heute, ich glaube, müssen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung genau, was für Motoren da sind. Das erklären die Jungs euch gleich. Und dann haben wir ein bisschen Spaß. Und danach müssen wir noch einen Roller abstimmen für heute. Ihr seht das nicht, aber die Kamera geht die ganze Zeit so. Ist so kalt? Ist kalt. Okay. Also ihr Lieben, viel Spaß bei dem Video. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So und der hat das Konzept eben gemacht und 12 Volt, PX200 Motor, PX200 Motor. Genau, PX200, beziehungsweise ein spanischer 200er Motor. Also ein DS. DS, genau. Malossi Sportzylinder. Eine 57er, also ist 210, eine Matsuwelle. Okay. Du weißt Matsuwellen? Ja, ich weiß. Wenn der Motor jetzt stirbt. Der stirbt nicht. Wenn der Motor jetzt stirbt, sei nicht böse auf mich, wenn die Welle sich verdreht. Nein. Das Problem ist, wir müssen dazu sagen, die Matsuwellen haben hin und wieder mal den Hang sich zu verdrehen. Ja. Aber ich bin ein guter Dinge, dass das... Vergaser? Vergaser ist ein SI-Vergaser, ein Faster Flow. Faster Flow von Scooter. Faster Flow von Scooter. 24, 26? 24. Auspuff? Polini Box. Polini Box. Sonst nichts gemacht? Sonst nichts gemacht, ist gesteckt, war auch ganz bewusst so gewählt, weil ich sag jetzt mal, der hat jetzt gedrückt, hat 22 PS, das ist sehr, sehr ordentlich. Für eine 57er Welle? Ja. Mal gespannt, was jetzt hier ist. Das ist sehr kalt. Ja. Also ich sag mal... 21, 20, irgendwie sowas. Ja. Und dann gucken wir mal weiter, das reicht einfach für das Konzept. Wir haben ja bei dir gesehen, du hast ja gesagt, du hast bei der blauen irgendwie 21 PS und da war mein Prüfstand... 23 waren dann. Genau, am Anfang aber, war mein Prüfstand gar nicht so weit weg von dem anderen Prüfstand. War 0,2 PS. Ne? Und bei dir, genau. War also deswegen. Das ist das Konzept. Ja. Sehr schönes Ding. Bin gespannt, was du gleich sagst und ob eine Optimierung was bringt. Okay, dann mach die Backe ab, ich mach den Prüfstand fertig und dann geht's los. Passt. Das passt so. Das ist ja schon mal wieder, ne? Der Sprichwörtliche... Weiß ich. Ei, ei, ei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Das war's. Untertitelung. BR 2018 Das habt ihr jetzt wahrscheinlich bei den Messläufen gesehen, dass wir uns ein bisschen unterhalten haben. Was mir massiv aufgefallen ist, dass der Motor extreme Vibrationen erzeugt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wo diese Vibrationen herkommen können. Zum Ersten kann es sein, dass die Kurbelwelle sich verdreht hat. Diese Vibration wird als Unwucht wahrgenommen und als Unwucht dann in die Lager übertragen. Das heißt in das rechte und linke Kurbelwellenlager. Das heißt, du hast dann auch noch das Polrad, was dann als Gewicht auch noch addierend dazu kommt. Das heißt, unwuchtige Kurbelwellen erzeugen dann aufgrund der Gewichtsverteilung, Kupplung und Zündung an den Wellenstümpfen natürlich noch mehr Unwucht und noch mehr Vibration, was extrem auf die Lager geht. Das heißt, die Lager werden dir schneller verschleißen, weil du natürlich immer extrem Druck in den Kugeln hast. Das heißt, die Kugeln werden in den äußeren Lagerkorb einlaufen. Irgendwann wirst du Rastpunkte kriegen und wenn du es dann überhaupt nicht reparierst, werden die Kugeln irgendwann aus dem Korb ausbrechen und dann hast du richtig Maleste. Aber das braucht halt ein bisschen was. Das Lagerspiel wird immer größer. Das merkst du dann, wenn du zum Beispiel die Motorhälfte auseinander nimmst, das Lüfterrad abnimmst und dann die Kurbelwelle mal anfasst, während sie noch im großen Lager sitzt und die Kupplung von hinten drauf geschraubt ist. Dann hast du ja die Kurbelwelle mit der Schraube und der Kupplung press an den Lagersitz angesetzt. Beziehungsweise an den Lagerring, an den inneren, nicht an den Lagersitz, sondern an den Lagerring. Das heißt, du hast eine feste Verbindung zum Lagerring. Und wenn du dann an der Kurbelwelle wackelst und die macht solche Ausschläge, dann ist das Lager fertig und zwar richtig fertig. Du hast immer ein bisschen Lagerluft. Meistens benutzen wir C3-Lager. Also C3 beschreibt die Lagerluft, die du vom inneren Ring zu den Kugeln hast. Du musst also ein bisschen Spiel haben, anders geht es ja nicht. Aber das darf halt nicht wirklich wie so ein Lämmerschwanz wackeln. Der nächste Grund, der sein könnte, wären die Silentblöcke unten in den Rahmengummis, dass die verschlissen sind, dass die keine dämpfende Wirkung mehr haben und jede Vibration mit übertragen in den Rahmen. Ich weiß nicht, ob die gemacht wurden. Wenn die nicht gemacht wurden, dann wäre schlecht. Ich glaube aber eigentlich schon. Viele schenken diesem Thema kaum Aufmerksamkeit. Das ist wirklich so. Ich gebe euch auch den guten Rat. Schenkt denen Silentblöcken immer besondere Aufmerksamkeit. Die kosten 20 Euro. Schmeißt die Scheiße raus. Bei einem 150er Block sind sie sehr aufwendig zu wechseln. Da brauchst du schon ein bisschen Power. Aber das geht. Und was es als nächstes noch sein könnte, eine unwuchtige Hauptwelle. Das heißt, dass deine Hauptwelle, die zum Rad hingeht, dass die einen Höhenschlag hat, also dass die Eier hat. Dann hast du natürlich auch im hinteren Lager, im unteren Lager, extremen Verschleiß. Und Felge und Trommel können es natürlich auch sein. Ich hatte jetzt den Eindruck. Ich habe jetzt eben noch mal ein Video gemacht bei einem Lauf und habe gesehen, wenn das Hinterrad ausläuft, das läuft sehr unwuchtig. Ich hoffe eher, dass das da ist. Es kann auch die Trommel sein. Oder eine Kombination mit beidem. Das heißt, Vorschlag 1 wäre, mach mal eine andere Felge drauf. Ja, definitiv. Probier das damit aus. Vielleicht hat auch der Reifen eine Macke. Eine Karkasse irgendwie kaputt ist. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich die Trommel, ich würde es also von hinten nach vorne machen. Wenn du dann den Motor auseinanderbaust, dann musst du halt mal gucken. Woran du es auch immer, das können wir gleich mal zeigen, woran du es merken kannst, dass die Lager verschlissen sind. Komm mal mit, ich zeige euch das mal. Ihr geht zum Lüfterrad hin. Und normalerweise, wenn das Lager einen recht festen Sitz hat, dann kannst du das Lüfterrad nicht kippeln. Du nimmst die Daumen und drückst hier. Und das ist nicht zu bewegen, wie du hörst. Manchmal hast du so ein leichtes Klink, Klink, Klink. Dann weißt du genau, dass der innere Lagerring schon zu viel Spiel hat. Zu viel Spiel zu den Nadeln hat. Das hast du hier aber nicht. Ah, Moment, hörst du? Da ist was. Komm mal näher. Du siehst es sogar, guck mal. Du siehst es am Lüfterrad. Jetzt hört man es auch. Okay, du weißt, wo deine Vibrationen herkommen. Daran kann man das gut sehen. Das kann jetzt sein, dass es diese Sache ist. Also, dass es das äußere Lager ist, was zur Zündung hingeht. Kann aber auch innen sein. Kann aber auch innen sein. Und eine Kombination aus beidem. Dass beide Lager verschlissen sind. Von der Leistung her. Lass uns mal über die Leistung sprechen. Du hattest 22 PS auf dem anderen Prüfstand, ne? Ja, wobei das ein selbstgebauter Prüfstand war. Nein, nein, du, das lassen wir mal, das lassen wir mal, das lassen wir mal gar nicht in Abrede, sondern ich gehe eigentlich andersrum an die Sache ran. Wenn Kurbelwellen sich beginnen zu verdrehen, ändern sich die Einlasszeiten. Klar, unter weniger Leistung. Und wenn du weniger Einlasszeit hast, oder beziehungsweise die Einlasszeit zu einem falschen Zeitpunkt zur Verfügung steht und zu einem richtigen Zeitpunkt zu ist, dann kommt halt kein Sprit mehr rein. So, das merkst du, ich habe das zum Beispiel bei Motoren gehabt, auf dem Prüfstand, wo sich die Kurbelwellen verdreht haben. Die hatten 27 PS und fielen dann runter auf 14, 15 PS. Aus dem Nichts, zack, bumm. Und da weißt du genau, die Kurbelwelle hat sich so verdreht, dass die Einlasszeiten schon nicht mehr stimmen können. So, jetzt hast du auch immer wiederkehrend das gleiche Drehmoment und die Leistung ist auch identisch. So, das bedeutet, wir haben dem Motor jetzt nicht mehr Schaden zugefügt. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht mehr Drehung oder Verdrehung in der Kurbelwelle erzeugt, sondern er hat jetzt vermutlich 3 PS weniger. Was aber auch sein kann, dass bei kälteren Bedingungen, und mein Prüfstand ist sowieso etwas konservativer von der Leistung, bei kälteren Bedingungen wird die PS-Zahl immer weniger angezeigt. Das heißt, würden wir deinen Roller jetzt unter Umständen bei 22 Grad messen mit mehr Luftdruck und mit einer höheren Luftfeuchte, würde das Programm die PS-Leistung anders bewerten. Wir haben jetzt trockene Luft, relativ trockene Luft. Das hat jetzt zwei Tage nicht geregnet. Wir haben es, wie viel Grad haben wir denn? 6, 7 Grad. Also wir haben ja auf dem Prüfstand 12,9 Grad. Also das ist zum Abstimmen eigentlich optimal. Ja, ich würde tatsächlich jetzt schon Kurbelwelle ins Auge fassen und die Lager vermuten. Aber Potenzial haben wir da noch. Da kriegen wir auf jeden Fall noch was raus. Kannst du dir überlegen, ob wir das machen sollen. Die Welle ist jetzt noch so stabil, das funktioniert. Wenn es jetzt auch nur die Lager sind, dann sind es auch nur die Lager. Es kann sein, dass die Welle völlig in Ordnung ist. Nur wenn die Welle nicht sauber geführt wird, dann hast du halt diese extreme Vibrationen. Ja, und der Motor ist aber auch noch nicht viel gelaufen. Das muss man jetzt auch bedenken. Pass auf. Das ist ja neu gemacht und je mehr ich dann jetzt fahre, dann wird es ja schlimmer werden. Aber du hast eine 57er Welle, du hast einen relativ kurzen Hub und du hast halt viel Leistung anstehen. Das belastet halt die Lager. Wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Achtkugel-Lager hast, also acht Kugeln in einem Lager, es gibt die verstärkten Lager, die haben neun Kugeln. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. SKF, INA sind eigentlich relativ qualitätsmäßig auf demselben Level. Aber wenn du zum Beispiel mal so ein indisches Lager erwischst oder ein Lager, was nicht so hundertprozentig sein sollte, wie es eigentlich sein sollte, dann begünstigt das natürlich. Aber ich weiß halt auch nicht, was für Lager verbaut sind. Also ich verbaue immer SKF-Lager, weil die wirklich höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Aber auch die halten nicht immer. Ja, na klar. Und wir müssen halt, das ist auch für euch wichtig, ihr müsst verstehen, man kann es grundsätzlich so beschreiben. Wenn du Leistungssteigerung hast in diesem Motor, der hat original 6 PS. Ja, oder 8 PS am Platz, eine 200er. Jetzt hast du hier 19 PS. Das heißt, du hast die Leistung verzweieinhalbfacht. Ja, genau. Das heißt, mit dem Originalmotor fährst du 30.000 Kilometer. Mit einem Tuningmotor, im Grunde mit demselben Motor, nur 10.000, hast du aber den Verschleißgrad von einem 30.000 erreicht. Also das muss man sich immer... Das ist logisch. Genau, das muss man sich vergegenwärtigen. Also der Verschleiß steigt exponentiell zu dem Leistungsanstieg natürlich mit dazu. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer du runter hast. 500. 500. Wirklich noch nicht. Du hast das Kling-Klingen jetzt gehört. Das deutet darauf hin, dass da was im Argen sein könnte. Der Winter ist noch ein bisschen lang. Den mal aufmachen und die Lager mal zu kontrollieren. Und das reicht schon, wenn du die kleine Hälfte abnimmst. Du kannst den Motor drin lassen. Nimm die kleine Zylinder ab, die Zündung ab, nimm die ab, nimm den Kurbelwellenstumpf in die Hand. Und wenn du diesen machen kannst, 100 Punkte, ausbauen, tauschen. Es kann aber auch sein, dass der Lagersitz kaputt ist. Das kommt auch noch dazu. Also du musst immer weiterdenken. Wenn du das Lager einsetzt und das Lager kann sich um die eigene Achse drehen in dem Lagersitz, dann ist der Lagersitz verschlissen. Dann kann das Lager auch kippeln in dem Lagersitz. Ist aber kein Problem. Ausspickeln, Messingbuchse rein, fertig. Aber auch das ist ein Punkt, den man bedenken muss. Aber das muss man halt alles testen. Ja, okay. Merkst du eigentlich dann, wenn das Lager gut reingeht, ohne dass du es warm machen musst, dann ist der Lagersitz fertig. Ja, okay. Und was du immer beachten musst, oder für euch gilt das auch, wenn ihr die Lager von der Kurbelwelle einsetzt und ihr setzt den Segering ein, immer das Spiel zwischen Segering und Lagermessen. Und wenn die Distanz größer 0,1 ist, immer mit, es gibt sogenannte Hassbergscheiben, die kann man unterfüttern und das axiale Lagerspiel rausnehmen. Weil wenn du kuppelst, kann es durchaus sein, dass das Lager sich in dem Lagersitz bewegt. Ja, okay. Und das mit der Leistung, ne? Ja, klar. Das muss man immer kuppenhalten. Da sind ja schon 20 PS. Da bist du schon woanders. Und das ist dann schon klar. Also ansonsten macht der Motor eigentlich von der Leistung her einen guten Eindruck. Wir haben jetzt knapp 20 PS. Würde mich natürlich reizen, da was dran zu machen, weil ich glaube, da ist noch echt Potenzial nach oben. Also wenn wir den jetzt fertig machen würden mit der Welle, denke ich schon, dass wir da so 20 PS, 20 PS werden wir bestimmt noch finden. Also lasst ihr durch den Kopf gehen. Genau, die Kollegen sind ja noch dran. Genau, noch ein bisschen da. Gut, alles klar. Dann drucke ich dir das jetzt aus. Schön, dass du da warst. Ja, die Temperaturen sind noch mal, als hättest du deinem Tempometer mal sagen sollen. So, wir sind am nächsten Roller. Das ist der Erik und wir haben eine sehr schön patinierte, man könnte auch sagen hässliche PX. Das ist ja an sich so. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Aber die ist, das ist halt eine runtergeranzte, patinierte PX. Genau. Die stand 20 Jahre lang in der feuchten Garage und so sieht es dann aus. Ja. Hast du das mit Obertrol behandelt? Ja. Komplett einmal versiegelt. Innen, außen? Ja, alles gut. Also, das hat ja seinen Charme. Ich habe ja, ich habe ja, der rote Roller von mir, Herr Schröder, sieht ja genauso aus. Ich will ja auch keine lackieren, die Dinger. Nee, das Thema habe ich gerade gehabt. Die will wirklich keiner lackieren, weil du kannst mit der Maschine nichts machen, du musst alles von Hand schleifen. Ja, eben. Und dann kostet so eine Lackierung halt mal 2 Millilie. Ich bin Gott sei Dank, das ist ein Autogünstiger. Ja, ähnlich. So, dann sag mal was, was haben wir denn hier? Eine PX 80, ne? BX 80 Lusso, ein 90er. Also, vom Gehäuse her, der Motor ist ein 125er, 150er. Ja. Mit einem VMC Super G 177 mit 60er. Das ist der Guss, ne? Ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Das ist der erste, den ich jetzt auf dem Prüfstand habe. Und mit einer 60er Hub, also dann 187er. Genau. Vergaser? Vergaser habe ich ein 26SI drinne. Ein Faster Flow? Oder einfach ein 26er Standard? Spacko, Standard. Bedüsung? Hast du Bedüsung im Kopf? Ja. Ich habe das aufgeschrieben hier. Ich mag das, wenn Leute vorbereitet sind. 140er Hauptdüse, BE3, 140, 52 in der Nebendüse. Zündung 19 Grad. Spacer, 1 Millimeter Fuß und Kopf. Steuerzeiten hast du, weißt du nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Das ist, das herauszufinden, das war ein bisschen schwierig und ganz gepasst haben. 23, 64, gerade verzahnt, das heißt, du hast das 80er Getriebe oder das 125er Getriebe? 125er Getriebe ist da drinne. Cosa-Kupplung, Cosa-Kupplung 2, ist die verstärkt? Ja. Bitte regelmäßig prüfen, ob die Nieten halten und ob der Korb die anfängt, also die neue mit den Nieten 8, die hat dann jetzt 12 oder so Nieten. Die hat schon, aber die ist ganz, die ist aufgrund 9, ne? Ja, okay. Ja, dann ist es gut. Die ist so noch keine 5 Kilometer gelaufen. Wir kriegen hier alles kaputt. Wir kriegen hier alles kaputt. Und Polini Box. Okay, alles klar. Hast du dich schon mal auf dem Prüfstand gehabt? Nee, noch nie. Noch nie. Also das heißt, für dich jungfräulich jetzt das erste Mal. Genau. Was hoffst du denn, was das Ding hat? 16, 17, sehr schön. Also die Rahmenparameter, Auspuff, Kurbelwelle, so wie du ausgespaced hat hast, werden die Steuerzeiten wahrscheinlich über 120 sein mit dem Vergaser. Ich sag dir jetzt schon, ich sehe anhand deiner Vergaser-Daten, da wird richtig Leistung zu finden sein, wenn wir das Ding richtig rannehmen. Also Vergaser entsprechend bearbeiten und vernünftig bedürfen. Ja, ja. Also du hast wahrscheinlich auch noch Deckel drauf und so weiter. Ja, die V-Tech, die Airboxer. Von Westpec. Westpec, genau. Und Venturi von Polini. Das ist schon mal, ja, Venturi Polini ist nicht so gut wegen dem, wegen dem Offenlöscher, genau. Aber da werden wir auf jeden Fall Leistung finden können, wenn du möchtest, dass wir da Leistung finden, aber wir gucken uns das mal an, wie er läuft. Genau. Bist zufrieden, wie fährt er? Hast du irgendwo in irgendwelchen Gasbereichen Stress? Zweiter Gang bei Vollgas verschluckt sie sich manchmal, aber dann ist es auch weg, aber das glaube ich eher der Wittung. Ich hab's nicht warm genug, wenn du aus dem Gas gehst und wieder ans Gas gehst, macht die dann diesen kurzen Knick? Nö. Gut. So, ich bin ich ja, ist aber allein für die Stadt, ne? E-Starter? Nicht mehr verbaut. Ich wollte gerade sagen, sind ja hier Männer, auch keine Mädchen. So, okay, alles klar. Stell mal auf den Prüfstand, legen wir los. Kupplungsdecker, Reifen. Das heißt, zwei Möglichkeiten. Ja, der Reifen ist aber auch ein Alter, ne? Ich hab da extra den neuen drauf gelassen. Wie viel Bar hast du da drin? Drei Bar? Du sagst das. Äh, da gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt die Trommel zu tief auf der Felge, das heißt, Trommel ist im Arsch. Dann hast du das Thema, dass die Reifen flanken, dass die Karkasse zu breit ist, eigentlich, ne? Wenn du dann mehr Luft rein machst, wird die Karkasse immer breiter. Dann geht der nicht in die Höhe, dann wird der immer breiter, der Reifen. Und dann schleift der am Kupplungsdeckel. So. Oder die Felge eiert. Augenmerk drauf. Das ist eine neue Geschichte. Da hab ich jetzt erstmal drauf. Ich hab noch den Original noch drauf. Ich wollte nur den Alt drauf machen, falls der runter geht. Bau mal eine andere Trommel, eine andere Felge drauf und guck, ob's weg ist. Bei dem alten war das nicht so. Definitiv nicht so. Dann hast du, dann ist es da irgendwo ein Gehalte. Aber ich merk das sofort, wenn ich... Ja, ja, ich hab eben auch mich gewundert. Aber ich hab die gestern Abend noch schnell drauf gemacht und du sagst, ich lieber einen alten Reifen drauf. Wir haben gerade, ne? Früher war viel mehr Lametta. Deckel geil. Das ist völlig ungeil. Ja. Wirklich ungeil. Ich hab's in einem der letzten Video gesagt und wurde dafür von meiner Frau abends zurechtgewiesen. Das heißt, ich darf das mit dem Kabelbinder und dem... Darf ich nicht mehr sagen. Also, ich soll's nicht mehr sagen, hat man mir gesagt. Also, nicht gut. Ja, ja. Gar nicht gut. Weil das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ich baue mir einen Turbolader auf ein Auto und nehme aber nur eine Auspuffanlage, so dick wie ein Strohhalm. Ja, das ist... Hier kommt einfach nix durch. Kann man auch was machen. Ich propagiere das ja immer, dass wir machen, wir messen die jetzt so, wie es ist. Ich propagiere das ja immer, dass man die Luftfilter generell da nicht braucht, weil... Glaubt mir ja kein Mensch, wenn ich sage, lass die scheiß Luftfilter weg. Oder die Schläuche weg. Das ist... Aber ich hab jetzt kein Stress, deswegen, ich hab's einfach so gelassen, wie das. Wir messen hier zu durch. Sie basiert ja auf meiner Erfahrung, was ich so sagen. Ich wollte gerade sagen, so habe ich schon noch nicht. Achso, wir müssen erst mal... Ich hatte Daten eintragen. Nein, nein, nein. Wir kriegen hier alles kaputt. Wir kriegen hier alles kaputt. Mühelle, gut, Prevention. Wir müssen eben hier alles kaputt. Ich bin mal very Deal, wie sagen wir – also ich ja sche helps, müssen wir zunto討assieren. Erste Ausbau der Erde. Erste Fall Tomato Ampfer Stlledger exiting zu Graben. Und da zwei befinden, aber auch etwas Dechighloß ab. Deент auch nicht freuen, Ich kann nicht messen, die Farbe. Ja, die Zündung kaputt ist. Und das ist einfach am Schluss, glaube ich. Also, was ist mir aufgefallen? Wir hatten folgendes Problem. Bei einer originalen Zündung hast du bei einer Umdrehung einen Zündfunken. Bei 360 Grad kommt ein Zündfunken an. Jetzt habe ich deine Kiste angeschmissen. Das Setting war auf einen Zündfunken für eine Umdrehung. Das kann man sehen. Zündfunke 1, eine Umdrehung. Jetzt warst du schon, aber im Stand, dass bei 8000 Umdrehungen völlig unüblich. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das, gucken wir mal. Ich habe 2 Zündfunken gemacht, dann sind wir auf 6 gefallen, dann habe ich 3 Zündfunken gemacht. Also, 3 mal zünden bei einer Umdrehung. Was ja utopisch ist, weil du hast ja bei einer Umdrehung bisher nur einmal am oberen Todpunkt. Warum sollte ich da 3 mal zünden? War also vom Drehzahlbild her völlig abstrakt. Bei steigender Drehzahl. Ich könnte auch sein, dass die CDI kaputt ist. Das heißt, wir können jetzt folgendes machen. Wir können mal den Roller mit der CDI, mittlerweile ein Running Gag hier. Wir nehmen den Roller mal runter. Wenn du Bock hast, kannst du dir eine CDI mal dranhängen. Und wir probieren das nochmal. Dann wissen wir, ob CDI oder Zündgrundplatte. Und in der Zwischenzeit machen wir den anderen Roller. Wenn du nicht willst, dann... Nein, machen wir. Okay, wir sind relativ zügig gemacht. Warum kannst du den Roller jetzt nicht messen? Erklär mir nochmal. Den Roller kann ich deshalb nicht messen, weil die Zündeinstellungen wichtig sind zur Berechnung der Getriebeübersetzung. So, das heißt, er nimmt das Geschwindigkeitssignal von dem Impulsgeber, der nimmt den Zündfunken und er rechnet sich anhand der Umdrehungsgeschwindigkeit der Rolle die Getriebeübersetzung und weiß, bei der Drehzahl bin ich genauso schnell und wenn ich dann beschleunige, berechnet er aufgrund dieser Basisdaten dann die PS-Leistung. Und wenn du keinen Zündfunken hast, kannst du die Getriebeübersetzung nicht berechnen. Kein sauberes Zündsignal. So, und dann würde der irgendwas anzeigen und dann funktioniert das nicht. Das heißt, wir bauen jetzt ab, machen die CDIs genau das gleiche Problem, was wir beim, wie hieß er nochmal der Kollege? Erhann, wir haben es beim Erhann hatten. Wir ändern das jetzt mal und dann gucken wir mal, ob wir es kurzfristig ans Laufen kriegen und dann schauen wir mal. Das ist eine neue Grundplatte. Die ist brandneu gewesen, krass. Ja, das kann halt sein, dass die CDI ist. Die CDI ist nicht neu, definitiv nicht, aber gut. Wir wechseln es. Perfekt. So, jetzt sind wir beim nächsten Roller. Es wird wie immer an dem anderen Roller geschraubt. Jetzt stehen wir hier an einem leichten Nieselregen. Erzähl mir mal was zu deinem Roller. Ja, wir haben hier eine Moto Vespa GT 160. Habe ich komplett entlackt, neu lackiert, ein paar Teile geändert. Was für ein Farbton ist das? Oh, wenn ich das mal wüsste noch. Das ist hellgrün irgendwie so. Dann ist aber da zusätzlich noch, damit die ein bisschen mehr glänzt Klarlack drauf bekommt. Damit die etwas mehr Tiefe hat. Ja, sehr schön. Finde ich auch ganz nett mit dem Schwarz. Ja, sehr stimmig. Die Sitzbank hat man ja schon drüber gesprochen. Die ist super Pornomäßig. Die kommt halt runter. Das ist klar. Ja, da kommt die Originale drauf. Die kriegt so ein Rautenmuster. So schön, damit das halt schön aussieht. Motormäßig habe ich das erste Mal jetzt einen Drehschiebermotor gebaut. Habe mich vorher noch nie mit Drehschieber beschäftigt. Jetzt ein V-Wan-Gehäuse mit einer Quatrini 60-126. Eine drin. Getriebe ist ein ganz normales drin. Zylinder ist der VMC Explorer 245. Der zweite. Am ersten hat sich die Beschichtung gelöst. Hat mir netterweise VMC einen neuen geschickt. Den zweiten Zylinder werde ich dir gleich selber hören. Hört sich ganz, ganz schlimm an. Meiner Meinung nach. Habe auch schon mit VMC geschrieben. Aber die sind der Meinung, es würde nicht am Zylinder liegen, sondern am Motor. Wie es immer. Oder an dem, der den gebaut hat natürlich. Wir hören uns das gleich mal an. Ich kann ja mal reinhören. Mal gucken. Vielleicht fällt mir was auf. Für mich ist es auch der erste VMC, den ich auf dem Prüfstand habe. Das heißt, du hast einen 26er SI drauf? Ja, den Pinasco 26er SI. Ich habe keinen Luftfilter drauf. Ich habe den großen Pinasco Deckel drauf. Okay. Habe den Schlauch vom Rahmen weg. Ich habe die BE2 drauf. 160 oben drüber. Und ein 165 HD. Hast du was für einen Auspuff? Das ist eine Polini-Box. Ja. Und da haben wir nur das Endrohr rausgebohrt und etwas Größeres angeschweißt. Und es schaut nicht nach innen rein, dass die Abgase direkt rausschießen können. Du hast ihn schon mal auf dem Prüfstand gehabt? Ja. Was hat er geworfen? Der hatte auch beim LUZ-Prüfstand mit dem ersten Zylinder 29. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir hier liegen und schauen mal, was geht. Gerne. Gut, dann einmal rein damit. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 auf der basis was ich jetzt habe werden wir jetzt mal einen lauf machen das passt und jetzt denke ich auch dass wir da einigermaßen hinkommen dass wir jetzt mal eine grundlage haben was vermitteln das heißt ich kann den jetzt nur im dritten gang messen und wir können dann mal erste zweite dritte vierte gang machen das können wir machen und können wir mal gucken wir performt jetzt er hatte auch temperatur jetzt läuft auch sauberer oben raus hat auch kein abbruch mehr das könnte auch von der drehzahl her also das sieht alles sehr sehr stimmig aus wenn das jetzt von der getrübe übersetzung noch 0,34 punkte oder 10 20 prozent abweist ich habe keine ahnung aber wir sind auf jeden fall mal in dem bereich wo es plausibel ist mit der übersetzung mit dem zylinder mit dem auspuff und mit dem vergaser also das ist ein leistungsbild was wir jetzt so ermitteln könnten was plausibel klingt aber das ist auch für mich interessant herauszufinden keine feier ohne meyer immer mal wieder eine neue challenge aber das ist ja dann auch liegt ja dann auch an mir so ich will ja dann auch wissen wie es funktioniert also das heißt wir werden jetzt mal einen richtigen lauf machen und mal gucken dritte gang wir machen zweimal dritte gang gucken ob der parallel bleibt mit der leistung oder ob die leistung steigt oder ob sie abfällt dann können wir so ein bisschen eine aussage über die bedürfung ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist aber wahrscheinlich der Charakteristik von dem Zylinder geschuldet. Er hat auch kein Klingeln, kein Klopfen, nichts. Also ich ändere mal die Zündung, komme nochmal wieder, dann können wir nochmal gerne an den Vergaser gehen und dann widmen wir uns dem Motor mal und dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Aber so würde ich jetzt erstmal sagen, hätte ich keine Bedenken damit zu fahren. Dass er sich anders anhört als ein Quatrini, ja, da gebe ich dir recht. Aber ich könnte es nicht zuordnen und sagen, da ist was mechanisch kaputt oder da ist irgendwas, was mir die Sorge, was mir Sorge bereitet. Das würde ich tatsächlich nicht sagen. Aber trotzdem, schön, dass du da warst. Danke dafür, dass du da warst, besonders auch mit der Zündung, weil das ist echt eine Challenge, wir haben jetzt tatsächlich gesehen. Er hatte schon gesagt, beim letzten Prüfstandslauf war das ein Chaos und ein Drama mit dem Zündungssignal. Und ich sage so, ja, das mag mal sein, aber komm mal vorbei, das kriegen wir schon hin. Ja, scheiße, Pustekuchen war bei mir genauso. Aber wir haben jetzt aufgrund der Getriebedaten und so weiter, haben wir uns das jetzt ermitteln können. Das deckt sich ja nahezu mit deinem anderen Ergebnis. Wie viel PS hast du auf dem anderen Prüfstand? 28,6. 28,6? Ja, guck, wir haben 28,5 und 28,6. Also dann passt das. Und der wurde auch im vierten Gang gemessen. Also dann haben wir da, stehen wir da ganz gut sauber da. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du da warst. Ich drücke dir das aus und komm dann nochmal wieder, wenn du den modifiziert hast. Ich werde die Warpa einbauen. Das ist ein Traum. Dann komme ich nochmal wieder und dann werden wir auch das Zündsignal messen können. Ja, das ist schön. Und dann haben wir auch wirklich realistische Werte, wo wir uns drauf verlassen können, weil jetzt ist es mehr so ein mathematischer Ansatz und dann, wenn du es misst, ist es dann halt einfach besser. Aber es ist ja auch schön, die Kurve zu sehen. Selbst wenn jetzt die Kurve von der Leistung vom Drehmoment 10 oder 15 Prozent niedriger wäre, aber man sieht ja einfach den Verlauf. Der Verlauf ist ja das Wichtige und nicht jetzt, was da oben steht. Wir sehen ja genau das letzte PS. Wir wollen jetzt einfach sehen, ob der Motor von der Charakteristik her sauber ist. Und das tut er. Also er tut das, was er soll. Er performt, er ist auch stark. Ist im Grunde die gleiche Nummer wie ein Quadrini, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Also alles grundsolide und gut gemacht. Also gibt es nichts, was ich jetzt sagen würde, was mir Sorge treibt. oder Angst macht oder Sorge bereitet. Gut, das freut mich. Dankeschön. So, jetzt wieder den anderen Roller drauf. Was? Das sind die Fehlzündungen und alles. Ja, ja, das ist die Platte. Also die CDE funktioniert, das wissen wir vom letzten Mal noch. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das ist schade. Na ja, komm schon nochmal wieder. Ja, ist ja kein Fimo. Ich verstehe nicht. Zündgrundplatte. Die Grundplatte. Ja, hier drunter. Das merkt man immer, der läuft im Stand immer relativ sauber und sobald er eine steigende Drehzahl kriegt, dann wird das Signal ungenau und dann fängt er an Fehlzündung zu schmeißen. Gut. Sonst ist alles scheinbar wieder ab. Scheiße. Ja. Das ist ein Schein. Das ist ein Schein. Mal ein bisschen nachher. Aber da habe ich schon einen zweiten Gang gehabt. Es kann auch sein, dass das Lüfterrad kaputt ist. Lüfterräder entmagnetisieren sich auch gerne mal. Das kann auch sein. Okay. Ja, auch da mein Tipp, investiere in die Warpe. Mehr Lichtleistung und so weiter und so fort. Ja, klar. Tödlich. Gut. Ich baue sie gerade das Ding wieder ab. Schade, aber... So, und dritte Roller ist auch schnell vom abgeschmickt worden. Ja, so. Das ist manchmal so. Ihr seht, ich hätte es gerne anders gemacht, aber leider, ja, die CDI-Schnellreparatur hat diesmal nicht geholfen. Dieses Mal ist es entweder das Lüfterrad oder die Zündung selber. Aber, ja, das war's. So, ihr habt alle Roller gesehen. Ihr habt jetzt gesehen, wie es aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abo den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Kürze wieder. Ich habe da noch nächste Woche einen netten Gast. Und dann kommt dann im Januar, glaube ich, noch zwei Videos, wenn das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Und, ja, dann würde ich sagen, bleibt hässlich. Wenn er rausgeht, fall nicht in den Schnee und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Dies ist klar.